Wusstest du, dass an Zeus einen Secret gibt? Und zwar hat er an dieser Stelle hier ein Herz. Doch wenn ihr in der Wiederholung dort reinschaut, seht ihr, dass dort sich ein Bild befindet. Und darauf sieht man seine Tochter Aphrodite. Und ja, Aphrodite ist die Tochter von Zeus. Das nächste Secret befindet sich bei Olympus. Dort sieht man eine Statue mit 6 Zehen. Ob das gewollt war von Epic Games, ich weiß es nicht. Doch eins steht fest, es ist verdammt lustig. Wie ihr schon mitbekommen habt, gibt es jetzt 30 Mal Harley Quinn Codes. Und wie das funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Ihr geht jetzt einfach auf Google und gibt Fortnite Code einlösen ein. Direkt auf der ersten Seite hier, Code einlösen, offizielle Seite. Dort klickt ihr jetzt einmal drauf und meldet euch jetzt einmal an. Keine Sorge, ihr könnt euch mit Switch, Playstation, alles anmelden. Sobald ihr jetzt angemeldet seid, müsst ihr einen von den 30 Codes eingeben. Es ist wichtig, dass du alles groß schreibst. Und hier sind die ersten 15 Codes. Stoppt am besten das Video, denn jetzt kommen gleich die anderen 15 Codes. Ich wünsche euch allen viel Spaß und viel Glück, dass ihr alle gewinnt. Und ich bedanke mich für den krassen Support.